Das ist Klaus. Klaus leidet regelmäßig an Rückenbeschwerden. Aus diesem Grund sucht Klaus seinen Arzt auf. Beim Arzt wird Klaus untersucht, um die Ursache der Schmerzen zu bestimmen. Aufgrund der erstellten Diagnose verordnet der Arzt Klaus RehaSport. Was ist RehaSport? RehaSport kommt für alle in Betracht, die an einer Beeinträchtigung der körperlichen Funktion leiden. Dies können zum Beispiel Bewegungseinschränkungen, Muskelschwäche, Unter- oder Überbelastung, Übergewicht, Überlastung des Skeletts, Verspannungen, Belastungsschmerzen, Muskelhartspann und vieles mehr sein. Alle Beschwerden können durch gezielte RehaSportgymnastik behandelt werden. Hierfür stellt der Arzt die Verordnung Muster 56 aus und verordnet 50 Gymnastikstunden für den Zeitraum von 18 Monaten, deren Kosten die Krankenkasse übernimmt. Jedoch muss die Verordnung vor Beginn des RehaSports noch von der Krankenkasse genehmigt werden. Wo wird RehaSport durchgeführt? Klaus erhält vom Arzt eine Broschüre, in der alle notwendigen Informationen zum RehaSport enthalten sind. Der RehaVitalis Plus-Verein ist deutschlandweit vertreten und hat über 360 Trainingsstätten, in denen RehaSport angeboten wird. Auch in der Nähe von Klaus. Klaus macht sich sofort nach seinem Arztbesuch auf den Weg zur Geschäftsstelle seiner Krankenkasse und legt die Verordnung vor. Bei der Krankenkasse wird Klaus RehaSportverordnung geprüft und genehmigt. Damit ist die Kostenübernahme des RehaSports für Klaus gesichert. Mit der genehmigten Verordnung macht sich Klaus auf den Weg zur Trainingsstätte von RehaVitalis Plus, um sich dort beraten zu lassen und sich einer RehaSportgruppe anzuschließen. In einer Beratung in der Trainingsstätte werden die Beschwerden anhand der Verordnung mit Klaus besprochen. Klaus erhält zusätzlich zur RehaSportgymnastik die Möglichkeit, freiwillig an einem betreuten Gruppengerätetraining teilzunehmen. Die Kosten für das Gerätetraining werden von der Krankenkasse nicht übernommen. Nach der ausführlichen Beratung beginnt die RehaSportmaßnahme für Klaus. Nach den 50 regelmäßig besuchten RehaSportstunden fühlt sich Klaus wieder fit und seine Rückenbeschwerden wurden erfolgreich behoben. Seine Lebensqualität hat sich wesentlich verbessert. Haben auch Sie Beschwerden, die Sie in Ihrer körperlichen Beweglichkeit einschränken? Dann sprechen Sie Ihren Arzt auf RehaSport an. Auch in Ihrer Nähe haben Sie die Möglichkeit, am RehaSport teilzunehmen. Die Zentrale des RehaVitalis Plus Vereins sagt Ihnen wo.